O und wer, was ist denn da? Lalalalalala Lalalala Da kommt noch mehr Was machen wir? Wir kümmern uns um den Rock Wir sagen für die ganze Schöne Ne ne warte warte Die 못-technische Grenzwertunterschreitung Ab und zu Hey scheiß Texte! Hallo Michaela Was war das eben? Wie man ihr sehen da hinten Bis jetzt wart ihr ein höfliches, zuvorkommendes, sehr nettes, attraktives Publikum. Fast unbemerkt. Mütter rumreiten hier. Ne, ne, genau. Obwohl. Aber immer kreuzig gerade. Ne, und jetzt wird sie eklig. Ohne andere schöne Nettigkeiten lassen kann. Können wir jetzt wieder? War noch ganz gut. War gerade super Pogo-Stimmung und jetzt ist so ein bisschen... Und jetzt, Leute, und dit, Leute, offenbar doch mal. Den schlangoiden Charakter von Fahre in Urlaub, der eben noch uns dazu auffordert, diese Ansagen zu machen, um sich danach davon zu distanzieren. Nein, ich distanzier mich nicht davon. Du sprachst von ihr sammelten Ansagen. Ihr sammelten Ansagen, das können wir einfach wegsammeln jetzt. Ich bin vorne. Ich kann mal eine super Ansage. Da muss ich nach dem Schlaf durchgehen.